Musik Zunächst einmal haben wir die Situation, dass unklar ist, was Inklusion bedeutet. Ich glaube, es gibt zwei große Lager. In der Inklusionsdebatte die einen sagen, das ist mehr oder weniger, wenn es gut gemacht ist, identisch mit Integration. Und das sehe ich auch so. Und das zweite Lager sagt, wir müssen alles völlig neu verändern und vor allem letztlich eine Schule für alle schaffen, in der nicht mehr das System, sondern der einzelne Referenzmaßstab der Entwicklung ist. Und das wird zugespitzt bis dahin, dass man sagt, wir müssen Noten abschaffen, wir müssen Zeugnisse abschaffen. Weil wenn Sie Noten und Zeugnisse haben, dann messen Sie den Einzelnen ja in allgemeinen Maßstäben und nicht an seinem individuellen Vermögen und deswegen wäre das ungerecht. Und jetzt bitte ich mal jedem, sich vorzustellen, was es für die deutsche Schullandschaft bedeutet, wenn wir so etwas wie Zeugnisse und Zensuren aufgeben. Wer entscheidet denn dann in Zukunft, wer auf die Hochschule geht oder andere Dinge? Das sind Fragen, die auch Verfassungsrang haben. Das heißt, wer die inklusive Schule in diesem radikalen Sinne will, der zerstört zugleich die gesellschaftlich notwendige Funktion, die Schule hat, nämlich die Allokation der Professionen auf die einzelnen arbeitsteiligen Körper der Gesamtgesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass, wie gesagt, diese überspitzte Form von Inklusion, wenn wir das wirklich umsetzen würden, uns mehr Probleme bringen würde als Nutzen. Und das reduzierte Konzept von Inklusion nichts anderes ist als mit guter Integration identisch. Und ich würde sagen, die Hälfte der Debatte ist übertriebene Inszenierung des angeblich methodisch und pädagogisch völlig Neuen. In Wahrheit ist das alter Wein in neuen Schläuchen. Es sagen also mir Pädagogen, dass ganz neu eine Inklusion ist, dass wir die Rechte von Behinderten oder Menschen mit Behinderung ableiten aus den Menschenrechten. Ich muss sagen, das schockiert mich, wenn Pädagogen mir so etwas sagen, dass das jetzt also im 21. Jahrhundert neu sein soll. Das ist für mich seit Jahrzehnten und eigentlich seit der Aufklärung eine pure Selbstverständlichkeit, jedenfalls im pädagogischen Verständnis, dass Menschenrechte auch für Kinder oder Menschen mit Behinderung gelten. Und dass daraus die Notwendigkeit, die Pflicht des Staates abzuleiten ist, diesen Kindern ganz besonders zu helfen und diesen Menschen entgegenzukommen und sie zu unterstützen, das ist nichts Neues. Sondern es wird aber als ein neuer pädagogischer Diskurs inszeniert. Und in der Pädagogik, glaube ich, ist da kein substanzieller Unterschied. Was wir natürlich als Unterschied haben, ist, dass die gesellschaftliche Realität abweicht von dem, was wünschenswert ist. Aber wünschenswert schon seit Jahrhunderten. Und insofern gibt es eher eine Theorie-Praxis-Lücke. Aber wir brauchen nicht eine völlig neue Theorie. Aber die Inklusionsdebatte beansprucht, dass wir eine völlig neue Theorie bräuchten. Und das bestreite ich. Wir haben in Deutschland folgendes Problem. Als Wissenschaft gilt nur, was das Etikett des völlig Neuen trägt. Und im Grunde ist doch das, was in der Pädagogik passiert, seitdem es Menschen gibt, relativ konstant. Wenn Sie zum Beispiel die Nikomachische Ethik des Aristonkeles aufschlagen, da finden Sie Sätze drin, die verkaufen einige Pädagogen heute als die neuesten Weisheiten des 21. Jahrhunderts. Und das ist, glaube ich, bei der Inklusion so ein bisschen so. Ich kann keinen substanziellen Unterschied erkennen zwischen gut gemachter Integration, die es seit den 60er, 70er Jahren hier in Deutschland auch gibt, und dem, was heute in der Inklusion diskutiert wird. Und ich finde, nicht jede begriffliche Selbstinszenierung, die von einigen ambitionierten Wissenschaftlern produziert wird, ist es auch wert, wirklich zur neuen fundamentalen Grundlage gesellschaftlicher und politischer Entwicklung gemacht zu werden. Und deswegen würde ich sagen, die Menschen sind zwar sozial, vor zweieinhalbtausend Jahren deutlich anders gewesen als heute, aber im Grundsatz unterscheiden wir uns so fürchterlich nicht. Und es gibt ein paar Grundregeln der Pädagogik, die gelten auch heute noch. Und wenn wir uns mehr auf diese substanziellen Fragen konzentrieren würden, auch in der Pädagogik und in der Politik, dann würden wir weniger Fehler begehen in Reformen, als wir das bisher tun. Und ich glaube, das wäre besser. Und deswegen scheint mir, dass man diese Inklusionsdebatte doch einigermaßen differenziert zur Kenntnis nehmen sollte. Wir haben da sicherlich Defizite, wie alle anderen auch. Das kann man so sagen. Im Kindertagesstättenbereich ist das eher nicht so. Wir haben knapp 1500 Kinder, die mit Behinderung in den Einrichtungen sind und davon sind etwa nur 200 in Sondereinrichtungen. Die anderen werden alle integrativ in Kindertagesstätten betreut und gebildet und erzogen. Deswegen haben wir da schon eine Integrationsquote von, naja, das wäre wohl deutlich über 80 Prozent sein. Also wir sind da schon relativ weit. Im schulischen System sieht das deutlich anders aus. Da haben wir einen weit überproportionalen Anteil an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, gemessen am bundesdeutschen Durchschnitt. Nur das Lustige ist ja in ganz Deutschland, oder nicht lustig ist das eigentlich verheerend und paradox, die Zahl der Kinder, die inklusiv beschult werden im gemeinsamen Unterricht steigt und die Zahl der Kinder in Fördereinrichtungen steigt ebenso. Das heißt, im Kontext dieser gesamten Inklusionsdebatte erleben wir nicht, dass die Zahl der Kinder in Förderschulen abnimmt und dafür die Zahl der Kinder im inklusiven Unterricht zunimmt, sondern beides steigt. Und insofern könnte, das ist jetzt eine provokante These, die Inklusionsdebatte offenbar auch dazu beitragen, besondere Besonderheiten aller Orten zu entdecken und überhaupt erst diese Etikettierung mitzuschaffen, die man angeblich bekämpfen will. Wenn sich die Soziologie der Behinderung anschauen, es deutliche Zusammenhänge gibt zwischen dem sozialen Hintergrund einer Familie und der Wahrscheinlichkeit, dass Kinder auch mit Behinderungen zur Welt kommen oder im Laufe ihres Lebens entsprechenden Entwicklungsrisiken unterliegen. Es gibt diesen statistischen Zusammenhang, den die Wissenschaft belegt, den erfinde ich nicht und den muss ich zur Kenntnis nehmen. Und da die sozialen Probleme in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern größer sind als in anderen Ländern, wäre es geradezu unlauter zu behaupten, dass bei uns nicht auf Dauer auch mit größeren Problemen zu rechnen ist als in anderen Bundesländern. Und wir haben ja eine höhere Quote. Ob die so hoch sein muss, wie sie im Moment ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich rechne tendenziell bei uns mit einem höheren Förderbedarf als in anderen Bundesländern. Erstmal versuchen wir überhaupt herauszufinden und zu klären, was mit der UN-Behindertenrechtskonvention überhaupt gemeint sein könnte. Denn die ist ja so abstrakt, dass sich daraus so gut wie nichts ableiten lässt für konkrete Politik. Aber jeder, der seine privaten Meinungen politisch durchgesetzt haben möchte, beruft sich auf dieses rechtliche Dokument. Und ich empfinde es als erheblich misslich, dass das ein Prozess ist, der nicht von unten gewachsen ist, sondern umgekehrt von oben verordnet wird. Weil das natürlich dazu führt, dass sich viele nicht mitgenommen fühlen und dass wir erhebliche Probleme haben bei der Umsetzung dieser Prozesse. Vor allem Lehrer beschweren sich, dass sie mit Aufgaben konfrontiert werden, auf die sie nie vorbereitet wurden, für die sie nie ausgebildet worden sind. Und in dieser Frage stehe ich auch an der Seite der Lehrer. Das ist so. Und das, was wir in Mecklenburg-Vorpommern versuchen zu organisieren, ist genau das nachzuholen, was man hätte eigentlich machen müssen, bevor diese UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist. Nämlich miteinander zu diskutieren, pädagogische Sichtweisen auszutauschen, ein gemeinsames Verständnis von Inklusion zu entwickeln. Und wenn dies gelungen ist, auch dem Staat und die Verwaltung daraufhin umzuorganisieren, Lehrerweiterbildung anzubieten, Unterstützungssysteme zu organisieren, die Lehrerausbildung in der Universität neu zu ordnen. Aber wie gesagt, das sind alles Prozesse, die hätten eigentlich stattfinden müssen, jedenfalls zum Teil, bevor es zur Behindertenrechtskonvention kommt. Und das ist für uns im Moment die wichtigste Aufgabe, das alles nachzuholen.